was war das geräusch ach egal wir waren weiter stoppt sofort eben ganz kurz eine information ich habe das alles gleichzeitig aufgenommen deswegen viel spaß jetzt mit dem video wird sehr schön jetzt und nur sagen viel spaß mit dem video das genau naja ist auch egal machen weiter schränkchen suchst du auch heim wie lange bist du ja auch hier ich wusste dass er rost da ihr hier umzerrat eine bin ich kurz vor euch herkommen so ist das allein was hast du da vorhin gesagt wegen des juka medaillons hast du wirklich eines ja ich dachte es wäre ein nettes geschenk zum einzug jetzt danke sehr vielen dank ein juka medaille und vielen dank das juka medaillium lagert eine juka medaillen und informationen die die liegenden seiten den ganz hinten sagen wir die acht medaillen einer seite und es gibt eine seltene belohnung im ernst vielen vielen dank wenn ich mich dann entschuldigt soviel dazu jetzt können wir alle medaillen verstaunt die wir wollen auch wie süß dafür reingangt ist das fand ich süß von die kruppe süß wie ein einfach eingegangen wieder da rein einfach hinein geschnappt